Ich würde an deiner Stelle so fünf Angebote mal reinholen. Dann siehst du einfach die Sympathie, die Seriosität und der erste Eindruck ist der beste. Denke immer dran, es sind deine Möbel, es ist dein Umzug gut und zum Schluss muss ich immer wieder darauf aufmerksam machen, schau dir Bewertungen im Internet an.